Mein Name ist Ramon Chaparro-Schmiel. Ich bin klassischer Immobilienvermittler, Immobilienmakler aus Großraum Stuttgart. Da habe ich vor acht Monaten, also im Juli, mein Unternehmen da gegründet, Quereinsteiger. Habe davor ein BWL-Studium absolviert und da davor eine kaufmännische Ausbildung. Und bin, so wie ich gerade erwähnt habe, im Endeffekt kompletter Quereinsteiger. Habe einen Immobilien-IHK-Kurs gemacht, parallel zum Studium und kam dann so ins Coaching und habe dann mit dem Coaching meine ersten Schritte am Markt gegangen, oder bin ich gegangen. Dadurch, dass ich quasi durch Google ja auch mehrfach Immobilienmakler, Immobilienvermittlung, Immobilienkäufe, Verkäufe, Einkäufe, Objekterquise einfach eingegeben habe, kam mir irgendwann mal so eine Werbung und dann bin ich draufgegangen, habe mir zwei, drei verschiedene Produkte oder Angebote, Dienstleistungsangebote angeguckt und dann ziemlich schnell dann auch mich für den Maximilian Wolf entschieden. Er hat sich selber um mich gekümmert, ich bin mit ihm selber ins Gespräch gekommen, zwei, dreimal. Und das hat mich einfach dann am Ende überzeugt und jetzt kann ich auch mit gutem Gewissen sagen, kann ich das Ganze auch bestätigen. Ja klar, also ich war skeptisch, als dann irgendwann mal auch die Zahl dann kam, ja, die Investitionszahl, habe ich mir dann auch gedacht, okay, ja, ich weiß, dass man so vielleicht schneller an Ziele kommt, aber für meine Frau oder für mich war das dann schon so, schon eine größere Investition, sage ich jetzt mal, ja, wo man nicht gleich sagt, ja, von heute auf morgen, ich schlage zu. Aber als ich dann mehrere Inhalte gesehen habe, dann war das für mich eigentlich, eigentlich war es für mich dann klar, dass ich dadurch im Endeffekt mehrere Schritte gehen kann, schneller gehen kann, als wenn ich das Ganze in Eigenregie mache, ja. Und dann wirklich planlos irgendwo reingehe, sondern irgendwo mit einem gewissen Rahmen. Und durch den Rahmen bin ich der Meinung, bin ich auch schneller an Ziele jetzt schon gekommen. Der Max, der kam sehr, sehr authentisch, empathisch, extrovertiert, sehr charismatisch auch, das hat einen bewegt. Ich bin auch eher, ja, Vertriebler, Vollblutsvertriebler, Leidenschaft, ja, irgendwo, ja, extrovertiert und auf die Leute zugehen und Power und Vollgas und unter dem Motto Attacke im Endeffekt, das hat mir richtig gefallen. Und ja, also ein Macher, ein Macher, einfach ein Macher, nicht nur schwätzen, 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 sondern wirklich umsetzen, tun. Da hat man sich natürlich auch irgendwo dann informiert und geguckt und es hat dann alles gepasst und ja, mit einem guten Gefühl, mit einem guten Gewissen dann in das Coaching gestartet. Du, meine Ausgangssituation war im Endeffekt mitten im BWL-Studium, im dualen Studium, vier Kinder, Ehefrau zu Hause. Also, ich habe zu meiner Frau gesagt, ich mache das nebenher, ich habe dann Coaching und werde dann irgendwo angeleitet mit einem Leitfaden und eigentlich war geplant, das nebenher zu machen, ja, nebenher zu machen, nebenher laufen zu lassen. Ich komme aus dem internationalen Vertrieb, ich vertreibe Elektrotechnik, ja, Steckdosen, Hochwertigere oder Steckdosenlösungen und wollte es eigentlich die nächsten Jahre machen, das war mein Fokus, deswegen auch das Studium in diesem Bereich und habe da auch einen sehr guten Job bekommen, ja, überbezahlt, mit gewissen Benefits, wirklich, ja, Wahnsinn. Du, und jetzt sitze ich hier und ich habe letzten Monat gekündigt im Angestelltenverhältnis, habe gesehen, was man da machen kann, was für Chancen man hat in der Selbstständigkeit und durch dieses Coaching dann auch dementsprechend automatisiert und das zu leveln, das zu skalieren. Mein Business hat eine Eigendynamik entwickelt, sage ich jetzt mal, ja, hat eine Eigendynamik entwickelt. Also ich sage jetzt mal, die ersten Monate waren natürlich zäh, da ging es wirklich, meine Strategie war, ich hatte keine Reputation, ich hatte nichts, keine Referenzen, ich hatte mich, mein Unternehmen und mein Wille, ja, mein Wille, das umzusetzen, ja, mein Wille irgendwo, der beste Immobilienmakler zu werden in meiner Region und dann war die Devise Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk und das habe ich durchgehauen und irgendwann kamen die Rückläufer, es kamen die einfach und dann kann ich dir sagen, Tag der Tage war 11. November und November und Dezember habe ich fünfmal beurkundet. Ja, und dann war das Ding geritzt. Die Armutationszeit betrug im Endeffekt, klar, am Anfang hatten wir einen längeren Lauf, dadurch, dass man sehr viel Netzwerkarbeit betreiben musste, aber ich hatte dann bei dem ersten Invest waren es, glaube ich, 3.000, 3.300, das hatte ich dann 15-fach, wahrscheinlich 20-fach, wahrscheinlich 20-fach ist die Wahrheit, 60.000, über 60.000, also Wahnsinn. Meine Key-Learnings waren im Endeffekt, du bekommst einen kompletten Rahmen, einen Leitfaden, wirklich an die Hand von A bis Z, von den ersten Schritten an durchgehend, mit sehr verschiedenen Instrumenten, ja, Instrumenten, die du einfach dann im Endeffekt, so wie der Max sagt, komm ins Tun, mach einfach, Kopf ausschalten, wenn du denkst, oh, könnte ich jetzt nicht oder irgendwelche Annahmen, was könnte der andere denken, nein, vergiss es, einfach machen, 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 dann gepaart aus deinen, im Endeffekt, aus deinen Erfahrungen, die du ja auch, ich meine, ich bin ja auch ein guter, also ich gehe davon aus, dass ich ein sehr guter Vertriebler bin, gepaart aus meinen Erfahrungen, aus meinem ganzen Leben, wenn du das dann irgendwo, eine Schablone oben drauf packst, deine eigene DNA, deine eigene Identifikation mit diesen ganzen Instrumenten, die du hast, dann kreierst du im Endeffekt einen ganz eigenen Drive, eine ganz eigene Philosophie, ganz eigene Werte und mit diesen Werten fühlst du dich, kannst du dich wieder identifizieren und hast deine 100% Identifikation mit dem Coaching, mit meinem Unternehmen und mit mir als Person. Meine allergrößte Herausforderung war tatsächlich letzten Monat, als ich, ja, dann nachts zu meiner Frau gesagt habe, um 3 Uhr sage ich, Nathalie, wie arg vertraust du mir? Und dann sagt sie zu 100%, dann habe ich gesagt, gut, ich kündige morgen früh meinen Angestelltenjob. Und somit ist dann alles ins Laufen gekommen, habe dann gekündigt, habe das dann allen, meinem ersten Umfeld dann erzählt und erklärt, aber die Resonanz, die Rückmeldung von den Leuten, die gesehen haben, was ich letztes Jahr an Dinge geleistet habe, umgesetzt habe, wie ich da vorgegangen bin, mit welchem Enthusiasmus, mit welcher Leidenschaft war ich nur positiv, sodass mich das nochmal gepusht hat. Ich meine, ich bin davon überzeugt, dass ich da meine Ziele erreichen werde, aber dass ich dann nochmal nach diesem großen Schritt, wo ich dann nachts getroffen hatte, zu meiner Frau zu sagen, ich kicke quasi in den Angestelltenverhältnis, das war so der größte Aha-Moment, die größte Herausforderung in meiner Laufbahn bis jetzt. Ich denke oder ich gehe stark davon aus, dass die Leute irgendwo eigene Barrieren haben, eigene, diese Annahmen treffen, der andere, ich würde dem anderen nicht irgendwie, dann kommen dann verschiedene Floskeln so, ich kann ihm nichts bieten, was kann ich ihm bieten, wie soll ich einsteigen, was kann ich ihm sagen, ich kann da nicht einfach hingehen, ohne irgendwas, ohne Referenzen, aber im Endeffekt geht es im Endeffekt darum, das einfach umzusetzen, einfach tun, weil auf der anderen Seite ist genauso ein Mensch mit Unternehmenssinn. Und wenn du irgendwann auf einer Plattform mit ihm hast, nachdem du das Menschliche ausgetauscht hast, diesen emotionalen Quotienten, das ist mit das Allerwichtigste im Vertrieb, meiner Meinung nach, wenn du da irgendwo eine Basis hast, dann geht es auch darum nachher im nächsten Level, dass beide irgendwo einen Mehrwert, eine Win-Win-Situation kreieren und so am Ende alle lachen. Und das ist so, glaube ich, die größte Hürde für die Menschen, dass sie viel zu viel nachdenken, viel zu viel nachdenken, was könnte der andere, was will der andere, was könnte er denken, ich kann doch da nicht einfach anrufen, ich kann doch da nicht einfach vorbeigehen, aber genau das ist es. Das ist der Unterschied, warum 90% der Menschen nämlich das nicht schaffen, diese Objektaquise, diese Pipeline nicht vollkriegen und die anderen 10% genau das im Endeffekt erreichen, weil sie etwas machen, was die anderen nicht tun. Du musst immer anders sein, so kommst du auch an deinen Erfolg. Ja, selbstverständlich, also einiges. Ich habe, natürlich habe ich eine gewisse Verantwortung als Selbstständiger oder als 100% Selbstständiger, was ja auch in zwei Monaten dann auch passieren wird, aber ich merke schon, dass mich das, das erfüllt mich. Ich stehe morgens auf, ich denke an Immobilien, ich gehe abends schlafen, ich denke an Immobilien, ich träume von Immobilien, ich träume von meinem Unternehmen, ich träume von meiner Selbstverwirklichung, ich träume von Mitarbeitern, von Räumlichkeiten, also ich bin da genau in der Branche gelandet, wo ich mir sagen kann, hey Ramon, kannst du das die nächsten 20, 30, 40, 50 Jahre lang machen? Ja, kann ich machen und genau das ist das, was mich vorantreibt. Ja, ich stehe auf, ich habe Spaß, es macht mir Spaß, Menschen an sich sind das Wundervollste auf der Welt. Mit Menschen zu arbeiten, es gibt nichts Besseres. Und wenn du dann noch das passende Produkt hast, mit der passenden Dienstleistung, ja, besser geht es nicht, besser geht es nicht. Ja, also im Endeffekt so, wie ich ihn kennengelernt habe, am Telefon, in den Live-Calls, freundlich, offen, nett, voller Power, also kein Übermensch, sage ich jetzt mal, einer, einer, einer wie du und ich. Und das ist ja das Schöne, er begegnet den Leuten auf Augenhöhe. Und das ist auch irgendwo ein Glaubenssatz, was für mich ganz wichtig ist. Begegnet den Leuten auf Augenhöhe immer respektvoll und anstandsvoll. Und dieses Gefühl habe ich zu 100 Prozent bei Maximilian Wolf. Der beste Moment im Coaching? Eine sehr gute Frage. Es gab mehrere gute Momente, wo ich am Anfang auch nicht verstanden habe. Zum Beispiel, da gibt es ein Video, was bedeuten 10.000 Euro für einen Menschen? Oder als der Max ganz am Anfang zu mir gesagt hat, als ich in meinem Gehalte von meinem Angestelltenverhältnis gesagt habe, dann sagt der Ramon, du kannst viel, viel mehr. Und dann dachte ich mir so, kann ich wirklich viel, viel mehr? Ja, ich kann viel, viel mehr. Aber ich wusste nicht genau wie. Und durch diesen Leitfaden, den ich vorhin schon angesprochen habe, das setzt sich dann ein Puzzle zusammen aus Aussagen von Maximilian Wolf, was er vorab getroffen hat, was für einen Menschen, der wirklich nur diese Angestelltenlaufbahn kennt, diese klassische Karrierelaufbahn, wo fast jeder einfach durchläuft, Ausbildung, Studium, Führungsposition, und dann wird es ganz lang erstmal nichts. Du machst vielleicht kleine Schritte, aber desto mehr Verantwortung, desto weniger siehst du deine Familie und so weiter. Du kommst dann in irgendwelche, ja, Diskrepanzen mit dir selber, wo ich dann gedacht habe, hey, ja, das ganze Feld wird immer klarer. Ich sehe das Licht am Ende des Tunnels immer, 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 immer stärker und habe langsam auch, ich sage immer noch nicht, dass ich alles verstanden habe, was der Maximilian Wolf sagt, aber mit Schritt für Schritt, von Woche zu Woche mit den Live-Calls, mit den Coachings, mit den Videos, mit den Büchern, die ich natürlich auch lese, mit anderem Content von anderen Leuten, wird es für mich immer größer. Immer größer irgendwo, wo ich dann auch denke, hey, Chaparro, wirst du langsam größenwahnsinnig? Nee, eigentlich nicht, weil ich sehe Leute, ich bin mit Leuten in den Calls, wo einfach in ganz anderen Levels schon sind. Ich bin mit dem Dennis ja hier, wo ich sehe, das geht alles noch, das geht eigentlich alles Grenzen, Grenzen, ich will mir nicht genau, ob es Grenzen gibt. Ich bin immer mehr der Meinung, dass es Grenzen nicht gibt und das ist das Schöne, ja, das ist das Schöne an diesem Coaching, dass es dir einfach wirklich eine Plattform gibt, um ins Grenzenlose einfach zu skalieren, zu leveln und das ist, ja, das ist das Schöne an der ganzen Geschichte. Ja, das ist das Schöne.